Ich bin Anna vom ProTag Team und präsentiere euch heute das Unboxing unseres neuesten Bitcoin-Liners. Der Bitcoin T110 ist der einzige wassergekühlte Bitcoin-Miner. Da dadurch auf schwere Metallkühlkörper verzichtet werden kann, wiegt der nur 9 Kilo. Der Bitcoin T110 arbeitet mit 1100 Giga-Hash und ist mit Abstand der hochwertigste Miner überhaupt. Und in unserem nächsten Video zeigen wir euch über den T110 konfiguriert. Liebe Grüße, eure Anna.